so herzlich willkommen zurück wir haben noch ein bisschen was vor uns zwar müssen wir diese drei geier hier drei oder vier stück hängen ich habe gerade was gehört die müssen wir noch loswerden aber das ist ja ja denkt daran es ist noch mindestens einer übrig darauf habe ich gewartet da drauf hast du gewartet einmal ballert den netz darunter wenn die uhr hier vorbei ist hat sie wieder aufgehangen doch nicht jetzt hat das jetzt haben sie sich wieder eingekriegt ich würde eine freie schussbahn bevorzugen so einfach geht das nimm das ohne kopf sieht er sowieso besser aus der mache diese geräusche mich was das für ein geräusch war ich habe gerade was gehört was war das ist passend auf nicht die alle soldaten dort was war das seit den müll raus zu bringen aber nicht nachgeladen scheiße aber den holen wir uns jetzt auch oder auch nicht hundert alter gut ich stolz sein darfst du auch ja ich muss das für ein geräusch war ich habe gerade was gehört ja denkt daran es ist noch mindestens einer übrig frag mich was das für ein geräusch war darauf habe ich gewartet das ist nicht gut ich habe gerade was gehört hatte einer was verloren was hat er denn da verloren ich habe es nicht gesehen 9 mm gasmaske drehen gas ja 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 das ist noch ja das war ja recht easy ich habe gerade was gehört was war das so du bleibst hier hat da einer was verloren immer das dach sichern dass hier auch keiner mehr ist scheint clean zu sein es ist feind wir können greifen müssen sehr gut dimitri auf wiedersehen ich habe gerade was gehört verdammt die scheiße wer macht diese geräusch ja gut keine kugeln frag mich was das für ein geräusch war ich habe gerade was gehört ja muss passen auf nicht alle soldaten dort wer macht diese frag mich was das für ein geräusch war ich habe gerade was gehört das ist denke ich mal hier der so du gehst hier hin du gehst da hin und wir gehen jetzt hier rein darauf habe ich gewartet oder auch nicht die armee ich wusste dass wir früher oder später auf sie stoßen das gefällt mir ich lerne schnee ich habe gerade was gehört verdammt die scheiße ihr bleibt da die armee ich wusste dass wir früher oder später auf sie stoßen verdammt die teile hast du gü"? ok was geht noch? minus 1 es geht noch Was gehört? Verdammt die Scheiße! Werde! Darauf hab ich gewartet! Ja, Hauptsache du machst ja noch kalt! Da ist der Feind! Ah! Nun, ich würde sagen, das war außergewöhnlich gut. Ich lerne schnell! Erb! Was war das? Ich hab gerade was gehört. Erb! Ein paar von ihnen haben Glück gehabt. Wahrscheinlich sind sie noch in der Nähe. Was war das? Ich hab gerade was gehört. Die Armee! Ich wusste, dass wir früher oder später auf sie stoßen würden. Das gefällt mir! Verdammt die Scheiße! Dimitri, den holst du dir. Ist doch wohl ein Kinderspiel für dich. Minus eins? Was ist denn hier los? Ja! Ah, Hohlspitz. Wechseln mal die Wumme. Verdammt! Das ist wahrscheinlich Munitionsverschwendung. Oh! Nicht schlecht! Gut! Ja, ja, ja! Ja, ja, ja! Ein paar von ihnen haben ge- Wer macht diese Geräusche? Auf jeden Fall noch recht easy, hätte ich jetzt gesagt, aus meiner Sicht. Also, es ist nicht zu knackig. Also, es ist nicht zu knackig. Die passen da auf. Schaut mal hier! Ja! Und Aira marschiere ich hier mal eben durch. Und mach hier Lucky Lucky. Okay, da kann man nicht reingucken. Kann ich da rein? Aira geht jetzt in den Schuppen rein und räumt erstmal auf. Shit! Okay, das wird nix. Ich- 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 Jetzt komme ich in den Laden rein. Du darfst auch schneller laufen, ne? Kollege, von und zu. Spreng ich da jetzt ein Loch rein, oder was? Ja. Okay, wieder eine Zeitlupe hier. Sind hier noch so viele? Zeitlupe, was quatsch ich denn da? Oh, da ist so einer. Zeitlupe, äh... Hier. Uhr. Und so, ne? Hallo? Hallo wieder. Ich sag einfach Hallo wieder. Ja. Ja. Frag mich, was das für'n Geräusch war. Ja. Ich auch. Was liegt hier überhaupt? Keine Ahnung. Ich hab gerade was gehört. Boah. Zeit den Müll rauszubringen. Boah. Den sei... Boah. Fick dich. Warum schlicken wir nicht? Boah. Bingo! Was ist das? Ja. Ja. Das waren sicher noch nicht alle von Dayrunners Männern. Es ist Feind. Wir können greifen müssen. Boah. Ja. Ja. Noch einer weniger. Ja. Muss passen auf. Nicht alle Soldaten dort. So. Wer mache diese Geräusch? Weiß ich auch nicht, wer diese Geräusche macht. Geht nicht auf. Warum nicht? Geht nicht auf. Geht nicht auf. Geht nicht auf. Geht nicht auf. Kantine. Oh nein. Oh nein. Geschicklichkeit 61. Dimitri 72. Aira. Vielleicht kriegt die das auf. Geschick... Ist auch Geschicklichkeit, ne? Schaut mal, hier! So vollgepackt. Hier hab ich's! Schauen wir mal, ob du das damit aufkriegst. Shit! Shit! Dafür bin ich nicht zu gebrauchen. Vielleicht kann dir jemand anders helfen. Hier ist nichts! Hier ist nichts! Hier ist nichts! Hier ist nichts! Aber hier muss ich rein. Frag mich, was das für'n Geräusch war! Frag ich mich auch. Hier! Wer bist du? Du bist gesund. Halt, da war einer. Gesund. Und... Keiner. Hier ist nichts! Hier ist nichts! Dynamo, da ist... Ich hab grade was gehört. Frag mich, was das für ein Geräusch war. Irgendwie musste ich doch hier weiterkommen. Vergessen sie es Vergessen sie es Okay, das wird schon mal nix Entweder muss ich da noch irgendwie rein Komme ich da wieder raus? Sieh mal Jetzt wird es wieder tricky, ne? Hier wollte ich eigentlich nur nicht durchsuchen, aber ich habe glaube ich keine andere Wahl Er ist nichts Er ist nichts So, haben wir hier schon mal Er ist nichts Ich brauche ne Pause Ja, kriegst du sofort Schalldämpfer Ich hab's Nice Gut Wie? Hier muss es doch irgendein Hauptschalter geben Dafür bin ich nicht zu gebrauchen Vielleicht kann dir jemand anders helfen Dafür bin ich nicht zu gebrauchen Vielleicht kann dir jemand anders helfen Dafür bin ich nicht zu gebrauchen Vielleicht kann dir jemand anders helfen Hm Wie komm ich da rein? Ich hab gerade was gehört. Hier ist hier eine Granat hinwerf. Sprengt der dann den Busch auch weg? Nee. Ich habe auch gehört. Das hier kann ich nicht durch. Scheiße. Jetzt habe ich mir gedacht. Ah, jetzt vielleicht? Dimitri, wie machen wir das jetzt? Sag mal was. Jung. Verdammt, ihr Scheiße. Keine Kugeln. Ah, jetzt komm ich rein. Aber der ist total ausgelutscht. Der muss sich erstmal ausruhen. Oh, hier, warte mal. Hallo. Bier. Er ist nichts. Er ist nichts. He, da draußen sind wahnsinns Feuerkämpfe im Gange. Wie wär's, wenn du dich erstmal darum kümmern würdest? Feuerkämpfe. Er ist nichts. Er ist mir die Scheiß-Türen aufzumachen, du Affenkind. Hm. Schlüssel. Ich hab's. Wofür ist der Schlüssel? Verdammt. Ist abgeschlossen. Oh, wie kommen wir denn jetzt weiter, Kehr? Hab ich einen Scheiß-Schlüssel gefunden? Kommt trotzdem nicht voran. Verdammt. Zellenschlüssel kann's ja auch nicht sein. Hmm. Ja, da. Scheiße. Wie kommen wir hier weiter? Was war das? gesund auch gesund Metalltüren kann man nicht aufschießen dafür bin ich nicht zu gebrauchen vielleicht kann dir jemand anders helfen dafür bin ich nicht zu gebrauchen vielleicht kann dir jemand anders helfen auch nicht Bull wie kommen wir weiter was war das verdammt die scheiße Alter was sind das für die selben Türen okay irgendwie weiß ich bin ich wieder zu blöde oder ich habe irgendwas übersehen ich weiß es nicht absolut keine Ahnung ich lade nochmal ich habe gerade was gehört so verdammt ich hab's er ist nichts 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 ätzend ich habe kein Schimmer was ich hier machen muss ich komme einfach nicht durch diese wie kriege ich mal diese Metalltüren auf kann doch nicht sein er ist nichts er ist nichts er ist nichts also sollen die Gefangenen auch schon da drin haben verdammt 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 tarnset er ist nichts er ist nichts merkwürdig aber da muss es doch irgendwie eine Möglichkeit geben verdammt er ist nichts Scheiße, Metalltüren aufzukriegen. Ja, ist nichts. Das fuchst mich gerade irgendwie so richtig. Weil hier drinnen werden die letzten sein. Ich hab ja sonst... Oder hier. Hmm. Da war ja ein Schlüssel, aber ich weiß nicht wofür. Der Schlüssel bringt mich auch nicht weiter. Er ist nichts. Er ist nichts. Ich hasse diese Mission. Diese scheiß Metalltüren, ey. Er ist nichts. Diese scheiß Metalltüren. Oh, well. Ich würde mich besser fühlen, wenn du dich um die Wachen kümmern würdest, bevor wir hier lange Gespräche führen. Bist du sicher, dass niemand da ist? Das Letzte, was ich jetzt möchte, ist eine Wache in die Arme zu laufen. Ja, ich weiß, wo die sind, aber... Tut mir leid. Ich weiß nicht weiter, mein Freund. Dafür bin ich nicht zu gebrauchen. Vielleicht kann dir jemand anders helfen. Dafür bin ich nicht zu gebrauchen. Vielleicht kann dir jemand anders helfen. Vielleicht ein hoher Techniker. 64. 58. Oh, 29. 22. Verdammt, die Scheiße! Verdammt, die Scheiße! Nicht leicht. Kann nicht. Scheiße. Er ist nichts! Ha! Komm, mach auf, die Scheiße! Verdammt! Er ist nichts! Er ist nichts! Ja, hier ist auch nichts! In diesem Wachhäuschen war ja auch nichts, ne? Kann man auch nicht vorstellen, dass in dem Wachhäuschen ein Schlüssel für die Zellen ist. Ich weiß es nicht. Hm. Ich würde sagen, wir schauen mal in der nächsten Folge weiter. Okay, wir sehen uns. Bis dann. Ciao!